Hi, ich bin Philipp, das ist eine weitere Folge von DigiFernunterricht. Es geht um digitale Möglichkeiten der Vorbildung, do it yourself. Wie kann man sich selbstständig digital vorbilden? Wie können sich, dazu komme ich dann im zweiten Teil, auch Schulen digital vorbilden? Und wie man das machen kann, möchte ich anhand eines Zitats zeigen. Und das Zitat lautet, ist machen krasser als wollen. Ich habe das Referat als Keynote am letzten Freitag in einem Barcamp gehalten, das diesen Titel hatte, Bad Wildbad in Baden-Württemberg. Und da wurde der Wunsch dann geäussert, ob man das nicht noch nachsehen könnte, für alle, die nicht da waren. Und deshalb zeichne ich das nochmal auf. Der Einstieg ist dieses Zitat, das ich im Netz immer wieder lese, das Leute auch über Projekte schreiben. Und bei denen ich nie genau weiss, was es bedeutet, weil damit man was machen kann, muss man natürlich was wollen. Das ist so wie die Leute, die sagen, nee, Kompetenzen sind nicht so wichtig, weil es braucht doch auch Wissen. Aber wie könnte ich kompetent sein ohne Wissen? Das geht doch irgendwie zusammen. Genauso, wenn ich was mache, dann muss ich jetzt auch irgendwie wollen. Das sind einfach ganz unterschiedliche Sichtweisen auf menschliche Handlungen, was das Wollen betrifft, das Machen betrifft. Also, dass das eine jetzt krasser wäre als das andere, scheint mir eine für mich etwas nonsenshafte Aussage zu sein, eine sinnlose Aussage. Aber trotzdem gibt die Leute offenbar Kraft, die sagen, ja, die einen, die wollen nur und wir machen tatsächlich, irgendwie ist das besser. Offenbar geht es darum. Jetzt, mich hat hier nicht umgetrieben, was das genau bedeutet, sondern wo kommt das eigentlich her? Wo haben die Leute das gefunden? Und das möchte ich jetzt zeigen, also wenn man solche Zitate findet. Ich gehe ja grundsätzlich mal davon aus, sie sind von Albert Einstein. Da täusche ich mich dann aber oft, weil die meisten Zitate, die im Netz Albert Einstein zugeschrieben werden, sind nicht von Albert Einstein. Aber mal schauen, ob das Zitat jetzt wirklich auch von Albert Einstein ist oder vielleicht doch eher nicht. Wenn man googelt, das wäre der erste Schritt, dann findet man ganz, ganz viele Sharepics. Ihr seht da, also das finden offenbar ganz viele Leute wichtig. Und bei mir ist dann der erste linken Buch, das seht ihr auch unten rechts und unten links, von Valentin Kreil. Es ist ein Comic-Cartoon, der so für Lehrkräfte vermarktet wird auf diesem Lehrmedienshop. Und 48 Seiten voller motivierender Weisheiten, also offenbar soll das Zitat motivieren. Aber wenn man jetzt hier sieht, 2019, ich habe das Zitat schon viel, viel früher gesehen. Also ich bin sicher, das Zitat ist nicht von Valentin Kreil, sondern er hat das von irgendwo. Dann denke ich mal Twitter-Suche. Vielleicht findet man da was und habe es bei Twitter eingegeben. Ihr seht, machen ist, wir wollen nur krasser, mit Anführungs- und Schlusszeichen. Und findet dann hier nochmal ein Buch von Valentin Kreil. Mal schauen, ist das überhaupt. Vielleicht ist das gar nicht von Valentin Kreil, es ist ein anderes Buch. Auf jeden Fall habe ich dann das Buch gefunden. Das ist jetzt tatsächlich Valentin Kreil, ihr seht ihn hier auch. Das auch heisst, machen ist, wir wollen nur krasser. Das ist jetzt nicht die Blackie-Reihe, ein anderes Buch. Das aber auch, ich glaube 2018 erschienen ist, das habe ich auch unten hingeschrieben. Denn da kann es auch nicht her sein. Also der hat offenbar den Titel auch übernommen, woher auch immer. Und dann denke ich mal erweiterte Google-Suche. Das ist vielleicht besser, wenn ich nach Jahreszahlen eingrenze und finde dann das dritte Buch von Hans-Uwe Kühler. Das ist ein Trainerberater, Love Selling, was auch immer. Das klingt schon ein bisschen creepy, was Love Selling sein könnte. Mal gucken, also der scheint ein ganz wichtiger weisser Mann zu sein, der noch eine Zugabe geschrieben hat. Und der Untertitel der Zugabe ist, machen ist, wir wollen nur krasser. Und dann hat man schnell bemerkt, dass man denken könnte, ja das stand jetzt, also hier die Datumseingrenzung ist 2009 bis 2010. Das ist das erste Suchresultat, das ich dann gefunden habe bei Google. Nur, der hat einfach das Buch falsch startiert bei Google. Das Buch ist von 2017, glaube ich. Also es ist auch später erschienen. Und habe dann die erweiterte Twitter-Suche bemüht und habe da dann auch nach Datum eingegrenzt. Und dann gemerkt, dass das Konto AddUngehalten hat den Satz zuerst getwittert. Und zwar im März 2014, machen ist, wir wollen nur krasser. Und das hat er dann auch bestätigt. Da gibt es Nachfragen von 2018. Ich würde gerne wissen, ist das wirklich von dir? Und dann sagt er, ja das ist tatsächlich von mir. Er hätte damals, gab es ein Meme, das war so wie X ist wie Y, nur Z. Zitat, also, ich weiss nicht, Keynotes nochmal als Webvideo aufnehmen, ist wie, ja ich weiss nicht, Serien zeitversetzt sehen. Nur irgendwie anstrengender oder sowas. Das ist keine besonders gute Version. Und der hat, dann wurde gesagt, ja ich habe das nicht mehr Schaufenster gesehen in Savonin in der Schweiz beim Skifahren. Tatsächlich, das Zitat ist überall. Das überrascht wahrscheinlich auch ungehalten nicht. Der jetzt auf meine Feststellung, dass ich das gefunden habe, getwittert habe, hätte finanziell nie etwas davon gehabt. Und mittlerweile habe ich das Zitat verselbstständigt und sei auf jedem Frühstücksbrettchen zu finden. Also ein klassisches Frühstücksbrettchen Zitat, dass der Titel mehrer Bücher geworden ist, von dem man dann auch letztlich nichts hat, wenn man das Zitat erfunden hat. Also weder geben die Leute diesem Twitter-Account Credit oder den Menschen hinter dem Twitter-Account, noch geben sie ihm Geld, was auch noch schön wäre, wenn das funktionieren würde. Also im Netz etwas zu erfinden ist jetzt nicht. Also es ist natürlich schön, dass das wieder gebraucht wird und kombiniert wird und neu kontextualisiert wird, aber nicht unbedingt so die Vorstellung von Belohnung, wenn man etwas Gutes erfunden hat. Wenn ich jetzt aber aktiv twittere, dann passiert noch etwas anderes. Also hier habe ich dann eigentlich das Rätsel mal gelöst. Nur, was habe ich jetzt davon? Also ich kann jetzt euch davon erzählen, wie ich das gemacht habe. Und ich weiss jetzt auch, wenn jemand sagt, machen Sie wollen nur Kassen, sage ich, du musst Ad ungehalten, musst du Credits geben, weil der hat das zum ersten Mal gesagt. Und zwar im März 2014. Das macht mich dann so zum Smartass, der das sagen kann. Aber ich habe aktiv getwittert, also ich habe meine Suche auch so ein bisschen dokumentiert. Also links seht ihr jetzt meinen Tweet nicht, weil ich das überdecke. Da habe ich gesagt, wer hat das zuerst geschrieben? Und dann gibt es viele Scherze, nämlich Leute hätten das in der WhatsApp-Bio geschrieben. Jemand schreibt, dass Sokrates das geschrieben habe oder Dejan schreibt, das sei von Jürgen bei LinkedIn. Und dann habe ich auch bemerkt, also Gerald Krieghofer wurde dann mit reingeholt und er ist der absolute Experte im Herausfinden, von wem ein Zitat ursprünglich ist. Der hat das dann tatsächlich auch nochmal gesucht. Er hat offenbar auch die Google-Methode angewandt. Und das hat dann später auch gesagt, nee, das Buch ist falsch startiert, das ist gar nicht von Köhler. Und das hat sich dann wie ein Gespräch ergeben und man merkt dann so unter Leuten, die sich für die Herkunft von Zitaten interessieren, tauscht man sich aus. Und dann habe ich bei Tanja, das seht ihr rechts unten noch gesehen, dass Stefan Eicher das Zitat verwendet. Stefan Eicher ist ein sehr bekannter Schweizer Musiker und er schreibt es jetzt Valentil Kreil zu. Also das kommt dann noch hinzu, nicht nur geben die Leute keinen Kredit, sie geben teilweise auch falschen Kredit. Und das Projekt jetzt von Stefan Eicher ist eine grössere Tournee und die hat diesen Titel, das ist sehr prominent eingesetzt. Ein bisschen schade, dass das jetzt nicht richtige Quellenangabe ist. Was lernt man jetzt alles dabei? Erstens Zitate im Internet sind Zitate im Internet, denen kann man nicht so ganz vertrauen. Was auch damit zu tun hat, dass es so einen Layer im Netz gibt, wo diese Zitate ein Eigenleben entwickeln. Es gibt Seiten, die sammeln einfach Zitate und versuchen so Traffic zu generieren, weil die Leute nach diesen Zitaten googeln. Also die googeln auch irgendwie Zitate und dann findet man, machen ist wie wollen nur krasser Valentil Kreil. Und man denkt dann, ah ja gut, da steht ja eine Quellenangabe. Und das ist dann der zweite Punkt, Quellenangaben in einer Kultur der Digitalität sind so, ich sehe irgendwo was. Und dann google ich noch schnell und dann finde ich eine Quellenangabe und dann schreibe ich irgendwie eine URL hin. Oder irgendwie gute Zitate.de oder Zitate aus dem Internet.com oder sowas. Und ich vergesse dann, das ist gar nicht die Originalquellenangabe, weil nur Leute, die so die nötigen Fähigkeiten und 40 Minuten Zeit haben, können herausfinden, wo dieses Zitat überhaupt herkommt. So wie ich das jetzt gemacht habe, also eine recht schwierige Sache. Dann noch Nebenbemerkungen, googeln ist ein bisschen überschätzt. Googeln funktioniert gar nicht so besonders gut, wenn man wirklich was wissen will. Und das hat Gründe, weil Leute natürlich auch Google kaputt machen, indem sie versuchen, Inhalte möglichst prominent zu platzieren. Und Twittern ist unterschätzt. Da wird oft gesagt, ja da gibt es irgendwie Hass und die Leute empören sich und das ist nervig und anstrengend und so weiter. Aber wenn man es sehr gezielt für solche Lernvorhaben einsetzt, dann ist Twitter für mich ungeschlagen. Also das Netzwerk und die Leute, die da aktiviert werden, das ist eine sehr, sehr wertvolle Ressource. Also da gibt es, das ist bei Reddit vielleicht auch so, also wenn man irgendwo gut vernetzt ist und die nötige Arbeit auch investiert hat, so wie ich das mache, dann helfen diese Netzwerke sehr gut. Und das ist dann auch der letzte Punkt, wenn man vernetzt ist, dann passieren auch noch Dinge, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Also ich habe jetzt hier auch ein bisschen gelacht und gemerkt, ah ja, die Leute lesen mit und die machen Vorschläge und das ist dann auch ein bisschen unterhaltsam. Und das ist jetzt nicht nur Arbeit, die Vorbereitung dieses Vortrags. Jetzt aber reicht Machen nicht, sondern wir brauchen Ziele, Reflexion, Methoden und Netzwerke. Es ist nicht so, dass man einfach irgendwie machen, also ich muss jetzt, ich muss Methoden haben, wie ich zum Beispiel solche Quellenangaben rekonstruieren kann. Ich brauche Netzwerke, in denen ich das machen kann. Ich muss mir überlegen, ja, wozu mache ich das überhaupt? Lohnt sich die Zeit, die ich da jetzt investieren muss? Vielleicht möchte ich dann lieber kein Zitat verwenden, wenn ich Stefan Eicher bin und es nicht richtig zuschreiben kann. Vielleicht möchte ich ein anderes Zitat verwenden oder ich suche meine Zitate gar nicht erst über Google, sondern auf anderen Wegen, wo auch gute Quellenangaben verfügbar sind. Also all das gehört dann zur Vorbildung zusammen. Es braucht Ziele, Reflexion, Methoden und Netzwerke. Und das möchte ich jetzt hier kurz ausführen. Warum Do-it-yourself das bessere Mantra ist als Machen oder Machen ist krasser als Wollen oder sowas. Weil es ist wie Wollen nur krasser. Die Einsicht eines ist, dass Do-it-yourself hat dieses Objekt des It, also mach etwas Bestimmtes selber oder selbstständig. Und da könnte man jetzt sagen, das hat die Diskussion dann bei diesem Barcamp am letzten Freitag gezeigt, es geht mal an die individuelle Ebene. Also ich als Lehrer könnte sagen, ich möchte mich jetzt vorbilden in bestimmten Themengebieten. Also im Moment arbeite ich sehr stark so zur Frage, wie man Literaturgeschichte didaktisch gut vermitteln kann. Und mein Ziel ist dann, neue Lehr- und Lernformen zu finden, die Digitalität und auch die aktuelle Kultur der Digitalität in die literaturgeschichtliche Reflexion mit einbeziehen. Das ist das, was ich machen möchte, was ich besser können möchte. Und mein Fokus dieser Vorbildung ist genau, dass ich dann in der Lage sein möchte, so eine Lernumgebung auch zu publizieren und SchülerInnen zur Verfügung zu stellen. Wenn ich solche Ziele habe, dann ist es auf der individuellen Ebene mal klar, was ich jetzt tun kann. Also von diesem It komme ich dann zum Do und merke, okay, jetzt wenn ich weiss, was das It ist, kann ich dieses Do bearbeiten. Aber das gilt auch für Schulen. Wenn Schulen denken, Vorbildung ist etwas, das müssen wir machen, das ist so ein Pflichtprogramm. Dann färbt sich das natürlich auch auf die einzelnen Lehrkräfte ab, die das dann so abspulen und sagen dann, ja, ich gehe mal jetzt einen Tag Vorbildung und dann, ja, was machst du? Und dann schaut man sich mal, wann geht es jetzt vom Termin her gut? Ah ja, im März wäre super und dann, was wird da angeboten? Ah ja, da macht jemand was zu Dramentheorie, dann gehe ich halt Dramentheorie im März. Irgendwie passt das nur so halb zu dem, was mich interessiert, aber dann habe ich es halt gemacht. Und wenn Schulen auch so denken, dass man das einfach noch irgendwie machen muss und gar kein Ziel im Vordergrund steht, dann hat man ein Problem. Also die Schule müsste sich überlegen, was sind die Themen, die uns beschäftigen, wo brauchen wir Unterstützung, wo können wir auch tatsächlich was verändern? Also wenn ich weiss, ich bilde mich fort im Thema Literaturgeschichte, dann weiss ich, das kann ich in meinem Unterricht auch direkt einsetzen und ich kann es nutzen. Und wenn Schulen wissen, wenn wir uns in dem Bereich fortbilden, dann können wir tatsächlich auch was verändern an der Art, wie wir unterrichten, an der Art, wie unsere Schule funktioniert, dann ist das das, was sehr, sehr wichtig ist. Und der erste Punkt wäre für mich bei selbstständiger Fortbildung. Der zweite Punkt ist, es braucht Routinen, Aktivitäten und auch die Bereitschaft, selber den Transfer in die eigene Praxis zu suchen. Das heisst, ich bin selber verantwortlich dafür, wie mein Unterricht funktioniert und eine Schule ist selber dafür verantwortlich, wie sie kulturell aufgestellt ist, wie sie mit Schülerinnen umgeht, wie das Personal behandelt wird, was für Erwartungen da sind. Und diese Erwartungen zeichnen sich auch in gewissen Routinen, die man hat und Fortbildung ist auch eine Form von Routine. Und da kann man sagen, dass es sehr, sehr wirkmächtige Routinen gibt in der Fortbildung für Kollegien. Das eine sind so Mikro-Vortbildungen, die ganz verschiedene Namen haben, wo man sagt, Menschen aus dem Kollegium bilden andere fort und bieten Einblicke in ihre Praxis an, Dinge, die sie besonders gut können, vielleicht auch Fragen, die sie haben, Unsicherheiten. Und man spricht eine halbe Stunde, 40 Minuten gemeinsam über diesen Punkt und hat so eine Routine, dass man sagt, ja, wir machen das jede Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat. Und dann findet ein Transfer statt von Personen innerhalb der Schule. Das könnte man natürlich auch mit Schülerinnen machen, dass man sagt, Schülerinnen, die was besonders gut können, bieten solche Fortbildungsveranstaltungen ab. Und man kann dann, das haben wir auch am letzten Freitag stark diskutiert, sowas wie Barcamps, wo letztlich die Vernetzung und der Austausch im Mittelpunkt steht, kann man an Schulen so aufbauen, dass man sagt, das machen wir jetzt jedes halbe Jahr, gibt es bei uns ein Schulbarcamp. Und die Fortbildung findet so statt. Und das ist dann von der Haltung her der Punkt, wo man sehr aktiv sein muss. Ein Barcamp aktiviert alle Teilnehmenden und sagt, jeder und jeder ist eigentlich dafür verantwortlich. Man kann nicht da einfach hingehen und sich in die Lässerei setzen, die Arme verschränken und dann sagen, das war jetzt mal eine Zeitverschwendung. Weil jede Person im Barcamp kann rausgehen, kann was Besseres machen, kann eigene Angebote erstellen. Also man ist nie in der passiven TeilnehmerInnen-Rolle, sondern man ist immer aktiv. Man kann Teile geben, man kann zuhören, man kann aber auch sprechen. Und diese Aktivierung, das ist das, was ich denke, ist entscheidend auf der individuellen Ebene, dass man sagt, ich bin nicht eine Person, die ein Fortbildungsangebot konsumiert, sondern ich bin aktiv im Prozess meiner Fortbildung beteiligt. Ich bilde mich selber fort. Und dieses, das wären wir dann beim Yourself-Punkt. Und das betrifft dann auch die Schule. Also die kann sich nicht von aussen irgendwelche Angebote an die Schule holen. Irgendwelche Expertinnen könnte das sein. Das bin ich oft auch. Ich werde an Schulen geholt und muss dann sagen, das kann mal ein Impuls sein oder es kann ein Wunsch der Schule sein, was Bestimmtes zu hören von mir. Aber letztlich muss es immer in einen Prozess integriert sein, bei dem dann diese Aktivität der Schule auch tatsächlich passiert. Wenn dann nur quasi ein Zirkuspferd geholt wird, das noch ein bisschen jonglieren kann und das ist dann Philipp Wampfler und der jongliert da ein bisschen und dann sagen alle, der hat toll jongliert oder andere sagen, ja für ein Pferd war es ganz in Ordnung und andere sagen, nee, ich habe zu Hause ein Pferd, das kann viel besser jonglieren. So ist das dann. Also dann gibt es immer die drei Lager und dann kann man sich sagen, ja gut, was hat das jetzt gebracht für die Schule, weil alle machen dann irgendwie so weiter, wie sie es schon immer gemacht haben. Wenn aber die Bereitschaft da ist, sich tatsächlich einzubringen und auch das anzunehmen, was aus dem Kollegium kommt, dann ist diese Aktivität viel, viel stärker. So als Nebenbemerkung. Ah, und das betrifft natürlich, ich würde sagen, das betrifft Expertinnen, die von aussen geholt werden. Es betrifft aber auch zunehmend so digitale Vorbildungsangebote, wo man sagen kann, ja, ich kann schon auch eine Plattform einkaufen, die mir dann irgendwie verspricht, dass das massgeschneiderte Angebote für ein Kollegium sind. Aber dann ist immer noch die Frage, ist es nicht so eine Konsumhaltung, die einfach sagt, ja, wir klicken uns da jetzt mal durch. Ist es wirklich das, was die Schule will, was in der Schule auch nachgefragt wird, wo auch ein Entwicklungspotenzial gesehen wird von der Schule aus, wo man sagen kann, da können wir die Stärken, die wir haben, auch tatsächlich einbringen und entwickeln und ein Profil herausarbeiten? Oder ist es nicht mehr so eine Alibiübung, dass man sagt, ja, wir haben aber dazu allen was angeboten, wir haben das Angebot ja eingekauft und ihr konntet das nutzen und niemand kann uns vorwerfen, dass wir kein Angebot hatten. Also das ist Fortbildung, ist so Cover-your-ass-Policy, wo man sagt, ja, alle können sagen, die Lehrpersonen haben Fortbildung besucht, wir haben Fortbildung angeboten, was willst du sagen? Aber das ist ja nicht dann das Ziel, dass jemand Fortbildungen besucht oder Fortbildungen angeboten werden, sondern das Ziel ist, dass Menschen sich aktiv fortbilden. Es betrifft auch das Transferproblem in Fortbildungen. Ich erlebe das teilweise, dass Leute erwarten, die Fortbildungen von mir besuchen, dass sie am Schluss fix fertige Arbeitsblätter und Vorlagen bekommen, die sie in ihrem Unterricht genauso einsetzen können, als ob ich jetzt genau ihren Unterricht kennen würde. Sie kennen den Unterricht viel, viel besser als ich, warum sollten nicht sie das machen? Und der Grund ist dann letztlich auch ein Zeitproblem, also dass sie sagen, ja, ich habe gar nicht die Zeit dazu, ich bin jetzt am Samstag hierher gekommen und am Montag geht es weiter und wenn ich dann nicht was habe, was ich einsetzen kann, dann lasse ich es mal, so mehr oder weniger. Und wenn man keine Zeit hat für diesen Transfer oder auch keine Lust auf diesen Transfer, sondern erwartet, dass das andere für einen machen, dann ist es natürlich ein Fortschritt, fundamentaleres Problem. Und ich würde jetzt mal sagen, ja, die Leute, die eigentlich nicht bereit sind, die Zeit aufzuwenden oder die die Zeit schlicht nicht haben, die sollte man auch nicht in Fortbildungen schicken, weil das dann nur zur Frustration führt. Das ist, die Motzen in den Fortbildungen, die werden nichts in ihrer Praxis mitnehmen können und dafür können sie auch nichts. Also wer keine Zeit hat und ständig gestresst ist, hat natürlich auch nicht die Musse, sich vorbilden zu lassen. Das ist nicht, da können die Menschen nichts für, die dann tatsächlich sich so auch verhalten oder sich so positionieren. Der letzte Punkt ist Yourself. Und das heisst jetzt für Schulen, aber auch für Einzelpersonen nicht, dass sie auf sich selber angewiesen sind, sondern das heisst, dass sie auf sich selbst gestellt sind. Sie sind aktiv. Sie sind in einem Netzwerk drin und sie sind in ihrem Netzwerk der zentrale Knoten. Also sie verwalten ihr Netzwerk, sie können Verbindungen stärken, sie können Verbindungen ausblenden. Sie stecken da drin und das ist bei Schulen auch so. Die müssen das nicht, die müssen nicht im eigenen Saft kochen. Die können sich vernetzen mit anderen Schulen, mit Fachpersonen, sie können sich beraten lassen. Also es ist überhaupt nicht verboten, jemanden hinzuzuholen. Es ist auch nicht verboten, eine Plattformlösung an die Schule zu holen und sie dann beispielsweise mit einem eigenen Angebot zu füllen. Das ist eine super Sache, wenn man das so machen kann. Aber man übernimmt die Verantwortung dafür, für das Netzwerk, in dem man drin steckt und man kann nicht sagen, irgendjemand hat mir gesagt, ich müsste das so machen, deshalb mache ich das jetzt so. Also ich war bei Philipp Wampfle in der Vorbildung, der hat gesagt X, ich mache jetzt X, weil Wampfle hat gesagt X. Das ist nicht yourself, sondern yourself sagt, ich habe mir das überlegt, ich habe mich ausgetauscht, ich habe mir angehört, was Philipp Wampfle sagt und jetzt leuchtet mir das ein und ich probiere das mal aus und ich habe die und die Erfahrung gemacht. Also eigentlich geht es darum, wirklich in einem umfassenden Sinne Verantwortung zu übernehmen und auch Verantwortung für Vernetzung, für Austausch, für Wahrnehmen von Expertise, von Menschen, die vielleicht Dinge ausprobiert haben, die ich jetzt so noch gar nicht kenne. Das wären so die drei Punkte. Do it yourself. Also it heisst Fokus finden, do heisst aktiv sein, nicht irgendwas auf sich reinpassen lassen und yourself heisst Verantwortung dafür übernehmen. Also übernimm Verantwortung für fokussierte Aktivitäten, das Fortbildung. Jetzt gibt es noch eine kleine Schlussbemerkung und zwar gibt es dieses Neuradgleichnis, das Axel Kromer auf seinem Blog zitiert, ich werde das versuchen unten noch zu verlinken und Neurad sagt, wir müssen eigentlich das Schiff umbauen, während es fährt. Das ist so ein Bild für Change Management und wir sind eigentlich in diesen Schiffen drin, also unsere Schulläden sind Schiffe oder das Bildungssystem ist ein Schiff und wir müssen das jetzt umbauen, weil wir bald, sagen wir, oder wir sind schon in eher stürmischem Gewässer und unser Schiff muss robuster werden, es muss trotzdem das Ziel erreichen können, auch wenn sich die Bedingungen geändert haben. Und was wir jetzt nicht machen dürfen, das ist das, was Axel sagt, ist, wenn wir machen jetzt einfach so verstehen, als, hey, ich reisse mal hier eine Planke raus, wir müssen ja ohnehin umbauen, dann schlagen wir das Schiff leck und wenn wir dann einfach irgendwas machen und sagen, ja, wir haben jetzt digitale Geräte und lassen uns mal alle kahoot und dann Multiple Choice und super, dann macht man das Bildungssystem vielleicht so kaputt, dass es sich davon nicht mehr erholt oder dass die Schulerfahrung für Schülerinnen so abtörnend ist, dass sie sich davon auch nicht mehr in Bezug auf ihre Lerneffekte erholen werden. Das wäre so das grösste Risiko, wo ich jetzt nicht denke, dass es besonders naheliegend ist, aber das ist der Grund, weshalb Machen alleine nicht reicht, sondern das verantwortungsvolle Handeln, also dieses Do-it-yourself, ist dann immer noch mit eingebunden mit, was ist denn für ein Schiff, auf dem ich mich gerade befinde und wo muss das hin und wenn man sich das überlegt, auch als ganze Schule, also wo geht unsere Reise hin, was verändert sich, was für eine Witterung haben wir, wie ist der Seegang, dann komme ich zum Punkt, wo diese Vorbildung ganz automatisch auch eine andere Dringlichkeit hat. Also ich mache es dann nicht so, ich bin im Hafen und das Schiff ist noch verteuht und dann stellt sich so die Vorbildung so, wie ich könnte jetzt auch in die Hafenkneipe gehen und dort noch einen Grog trinken und ich könnte es aber auch nicht tun und einfach da draussen der Möwen zuschauen. Das ist so wie die nicht dringliche Art der Vorbildung. Und die andere Art der Vorbildung ist, ich bin schon tatsächlich unterwegs und ich merke jetzt, wir bräuchten irgendeinen Zimmermann an Bord und niemand kann das und ich müsste jetzt lernen, wie das geht, weil es einfach ohne nicht mehr weiter funktioniert. Und die ganzen fruchtlosen Diskussionen über Digitalität an Schulen, es sind teilweise Leute, die denken, sie seien in der Hafenkneipe und könnten sagen, ja, den Möwen zuschauen, das kann man auch lassen, hier in der Hafenkneipe ist es auch ganz gut. Ich habe noch nie in der Möwe zugeschaut, was wollt ihr eigentlich mit diesen Möwen? Und den Leuten, die tatsächlich schon auf dem Schiff sind und sagen, ich schaue jetzt hier nicht der Möwe zu, weil es lustig ist, sondern weil es hier tatsächlich einfach Möwen hat und wir sind nicht mehr in der Hafenkneipe, sondern wir sind unterwegs und das bewegt sich irgendwo hin. Das ist jetzt nicht so, dass wir das machen, weil es lustig ist oder was anderes ist, sondern weil die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert oder sich das, was wir hier machen, auch tatsächlich verändert hat. Und diese Konflikte sind dann natürlich sehr unangenehm, also wenn jemand sagt, ja, wir könnten es auch lassen, wir können, diese Unterricht funktioniert auch analog wunderbar, hat bei mir immer funktioniert, hat die letzten Jahre meiner Berufserfahrung immer funktioniert, warum, was kommt ihr jetzt da mit diesen Geräten an, ich will das gar nicht, dann hat man wie nicht verstanden, dass diese Transformation am Laufen ist. Und deshalb ist das so wieder grösserer Rahmen für Fortbildungen, der nicht nur in Bezug auf Digitalität gemeint ist, sondern in Bezug auf Transformation. Also die Gesellschaft verändert sich, die Kompetenzen, die Menschen brauchen, um in der Zukunft bestehen zu können, verändern sich. Das sieht man nicht nur mit der Pandemie, das ist auch mit der Klimakatastrophe, mit wirtschaftlichen Umwälzungen, also es betrifft jede Ebene der Gesellschaften, des Zusammenlebens. Und da geht es dann wie wieder darum, die Verantwortung zu übernehmen und nicht wegzuschauen oder so zu tun, als betreffe uns das nicht. Ja, das waren jetzt erste Worte, möchte aber vielleicht wie nochmal den Bogen zum Anfang schlagen und sagen, das macht durchaus sehr viel Spass, wenn man Do-It-Yourself-Style-Verantwortung für seine eigene Vorbildung übernimmt, dann ist das unterhaltsam, das gibt Kraft, das ist eine gute Sache und ich wünsche euch allen viel Spass dabei. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.